Machen Sie schon. Es könnte hilfreich sein. Was in heaven's name? The stars are on the floor. Oh, no. Was ist das? So, als wären sie nie fortgewiesen. Schnappt den Eindringling! 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 Oh! Komm schon, alte Stude! Gletscher und schwirr! Dies, Rai! Nun gut, B. Wer bist du und was hast du vor? B. Wer bist du? 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 B. Wer die Regierungsgeschäfte nicht in den Händen von Richtern wissen will, erheben Sie solch unerhörte Anschuldigungen? Das muss ich mir nicht anhören! Dann entbinde ich Sie von dieser Pflicht! Guten Abend, Sir! Das wird wohl B sein! Oh, das wird hier noch reintun! B. Schön, Sie kennenzulernen! B? B? Mein Name ist Herbert! Und warum folgten Sie dem Premierminister? B. Nur ein Auftrag, Sir! Ein alter Knacker bezahlte mich um... Was für ein Miststück! Abonnieren Sieet! B. 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 Oh, das war's! Verdammt doch mal! Wo kommst du denn her? Ich komme aus Crawley, aber das ist unwichtig. Für wen arbeitest du? Ich... ich kenne keinen Namen. Alter Mann, Lagerbart, trug eine Art Uniform. Husaren vielleicht. Was hat er hier vor? Bitte, er bringt mich um. Und ein Sturz von hier oben zerschmettert dir die Beine und schickt dich ins Armenhaus. Vor ihm kannst du noch fliehen. Es läuft morgen! Meine Leute sollen die Kutsche des Premierministers angreifen auf dem Weg zum Parlament! Perfekt. Bitte, lass mich gehen! Was macht ihr da? Doch! Ich sehe Sorge des ... Ich sehe Sorge, aus dem Lager vor. Ja! Er ist ein Ratsch! Und er hat mich zufrieden. Ich schreie die Aufmerksamkeit! Geh! Soviel zu einem Hausbesuch. Nur muss ich einen Weg in diese Kutsche finden. Was hat das zu bedeuten? Wer zum Teufel sind Sie? Premierminister, ich bin der neue Leibwächter, Jacob Fry. Ich weiß nichts über einen neuen Leibwächter. Wer ist Ihr kommandierender Offizier? Lass den Burschen ausreden, Dizzy. Madam, verzeihen Sie. Aber Sie schweben in höchster Gefahr. Und die Polizei wollte keine Zeit verlieren. Gefahr? Welche Art von Gefahr? Diese Art. Wenn Sie mich kurz entschuldigen würden. Wo kamen die her? Leute! Maschinen? Wie wird sieacial ist? Was denn? Das ist Applaus wichtig. Was denn die Reisung? Ich habe dich überraschtet. Nein, was denn die Reisung passiert? Wer ist das nicht? Seitdem sie versuchen author, Das ist die Reisung. Wie ist das? Geht's in den Kopf, Junge! Was ist denn los? Reise dich, du Stöte! Geht's in den Kopf, Junge! 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 Vorsicht! Weiter, Mädchen. You're finished! You're finished! Glatstone! Fahrt zur Hölle! Du Hundesohn! Vielen Dank! Was wollen Sie gegen Glatstone unternehmen, junger Mann? Ich versichere Ihnen, Madame Glatstone hat nichts damit zu tun. Aber er versuchte, meinen Mann zu töten! Nun, wir kümmern uns um Glatstone. Vielleicht könnten Sie mir bei einem anderen Problem helfen, Madame. Ein Gentleman mit Verbindungen zum Parlament. Älter, trägt eine Kavallerieuniform und einen langen Bart. Sie scheinen mir ein sehr direkter Bursche zu sein, Mr. Fry. Nun, ja, das bin ich ehrlich gesagt. Und Sie sind vertraut mit den armen Bezirken unserer Stadt? Ein wenig. Wundervoll! Rein zufällig wollte ich ohnehin einmal nach Devil's Acre. Wenn Sie mich begleiten würden, helfe ich Ihnen gerne bei Ihrer Untersuchung. Das klingt nach einer tollen Idee. Also abgemacht! Kommen Sie hierher zur Downing Street, morgen Abend um Punkt 8 Uhr. Guten Tag, Mr. Fry. Aber... Schönen Tag noch, Mr. Fry! Schönen Tag noch. 遠 Kommentare anybody ihr kein Lockes oder ا restorator oder Meine Damen? Mr. Foye. Bereit für unseren Ausflug? Devils Acre erwacht in Kürze zum Leben. Ich fürchte, ich muss unserer Verabredung leider absagen. Auf dem Rasen wimmelt es von skandalgeifernden Journalisten. Und ich möchte nicht gesehen werden in der Gesellschaft eines Soh- Ich vertreibe Sie. Sie folgen mir, wenn die Luft rein ist. Ja, ja, aber seien Sie nett. Bitte. Die Presse reagiert ausgesprochen sensibel, wenn es um Gewalt gegen Sie geht. Hahaha, ich werde Ihnen kaum ein Haar auf dem Kopf krünen. Psst, Desmond! Lies können sie verfolgen. Now, I may have found this one. Oh. Oh. Huh? Oh. 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 Gut gemacht, junger Mann. Dissi sollte sie mit den Liberalen reden. Ah, 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 ah Was ist das denn? ganz ruhig braves mädchen wenn sie meinen arm ist er frei sehen wir uns an was das ekel zu bieten hat mit ihrem hund alles in ordnung wussten sie dass dieser gentleman ein irgendwie war das ja fliegender händler nannte er sich bemerkenswert wie die arbeiterklasse sich zu helfen war sehr geschäftsüchtig ganz sicher ist alles in ordnung ich habe gerade gelernt zu pfeifen ich glaube der mann ist betrunken da haben sie wohl recht madame ich frage ihn was er trinkt vielleicht sollte ich lieber etwas anderes vorschlagen ja wir scheinen sich ich war zweimal verheiratet mr frei ich weiß nur zu gut was die beiden tun gott segne sie was für eine art fleisch verkauft dieser man fragen sie besser nicht ich möchte nicht taktlos wirken in so feiner begleitung aber man nennt es auch wauwau geschnetzeltes da wären wir der alte wanton also das ist ein peint nicht wahr bemerkenswert bemerkenswert feines hundchen ab 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 Nein, sei still! Böse Hund! Guter Junge, Desmond. Los, gib mir die Tölle. Wenn meine Freunde hier wären, sehe die Sache anders aus. Na also, Desmond, bringen wir dich zu deinem Frauchen, das ich vollkommen allein in einem von Londons gefährlichsten Papst zurückgelassen habe. Nun, wenn Sie Ihrem Vater nie gesagt haben, was Sie über ihn denken, woher sollte er es wissen? So habe ich das nie gesehen. Tief im Innern wollen wir alle nur geliebt werden. Richtig. Hm, hier, was Süßes. Oh, Desmond und Mr. Frey. Darf ich vorstellen? Tut mir leid, wie war doch gleich Ihr Name? John, der Struller. Angenehm. Ich bringe Sie jetzt besser nach Hause. Recht haben Sie, Mr. Frey. Komm schön mit, Desmond. Ich bringe Sie, Mr. Frey. Sieh mal an! Wenn das nicht der Hundeknecht ist! Na, lasst uns nichts tun, was wir bereuen würden. Ich hab meine Mama! Ich hab meine Mama umgelegt, ich hab meine Mama gelegt. Ich hab das nicht gemacht. Denn ich hab meine Mama gelegt. Ich hab meine Mama gelegt. Nun, ich muss ihn für ein Rüst aufholen, einen aufschlussreichen Abend wanken, Mr. Clark. Nein, ich danke Ihnen, Madam. Vielleicht erzählen Sie mir nun von dem Mann in der Rosarrenuniform. Richtig. Lord Cardigan ist der Gentleman, den Sie suchen. Ein leidiger Mann, immerzu prallt er mit seinen militärischen Abenteuern. Wissen Sie, wo ich ihn finden könnte für ein kleines Privatgespräch? Das würde ich meinen. Er ist in der Stadt wieder Zufall spielend, um gegen das Antikorruptionsgesetz zu kämpfen. Vielleicht begegnen Sie ihm im Palace of the Smuts, aber passen Sie auf. Was die Regierung am wenigsten braucht, ist ein weiterer Skandal. Ich verspreche Ihnen, ich werde äußerst diskret sein. Ihre Station, Madam. Meine Station? Das ist köstlich. Vielen Dank. Danke für einen gelungenen Abend, Mr. Fry. Ich werde Sie in den höchsten Tönen bei Dizzy loben. Richtig. O-�� Affleck呆! Er? Ah!